hallo ich meine lieben freunde und willkommen zurück zu trialsfusion und ihr seht parda ist wieder mit am start guten tag parda hallo wir starten was ich nicht gesagt habe wir spielen heute nur fünf schwere strecken fünf extreme fünf schwere wirklich ja alles schwer ich habe mir für heute nur schwere strecken ausgesucht parda ist sobald brauchst du dich nicht mehr wunder warum man nur allein ja ich hast gelegt ja ich muss auch mal wieder reinkommen ich habe schon wieder ein paar wochen nicht das gibt es nicht mich hat schon wieder gelegt das ist das für ein scheiß der paro der freche der ist eine pizza ist dein ernst was habe ich du isst eine pizza hier so nebenbei der jetzt nicht mehr voller profi alter nebenbei eine pizza essen hey parda hey wann kommt freitag der 13 eigentlich raus war jetzt ende des monats nice alter da wurde mir auch schon mehr drauf das wird richtig geil für die ersten paar runden und da wird es wieder langweilig dass du gewartet hast du wohnen kind ja komm es ist nur durchfahren junge da ich will mal wieder gefühl in die knochen kriegen controller controller kontroler kontroler vibriert ja leute bist du wieviel spieler kann man das spielen dann weißt du das gerade zufällig ich glaube sechs oder so ist du kein scheiß machen parter komm vorne das ziel bist du sechs leute ich glaube schon ja es waren auf jeden fall sehr viele überlebende die wir in der beta spielen konnten schon schon da bin ich mal gespannt wie das so wird beta fand ich schon mega geil also glaube ich das auf jeden fall alter die beta war ich auch gut worden warum die gab es auch ein bisschen knatsch habe ich irgendwie mitgekommen wegen dem spiel oder wie? schluglich äh freie das äh usk achso ja ja nenne ich usk sondern initiierung oder sowas könnte sein aber ist auf jeden fall mit usk bestätigt worden und es kommt ungeschnitten in deutschland ja das haben die entwickler auf jeden fall gepostet auf facebook alter was irgendwie habe ich da was mitgek- alter irgendwie habe ich da was mitgekommen irgendwie also richtig formiert hatte ich mich dann auch nicht ich bleibe davon ausgegangen ja also bitte ja so schlimm war das jetzt auch nicht ne also wenn Outlast 2 rauskommt ungeschnitten dann NEIN oh ich bin gecrasht ja Outlast 2 wurde denn achso ich darf noch nicht hast du es durch? ich habe es durch ja aber die zuschauer noch nicht ich weiß nicht wer von der zuschauer ist ok ne dann sag ich es nicht weil ich habe schon durchgespielt aber die letzte folge habe ich noch nicht ist noch nicht hochgeladen und was sagst du so? ich habe geguckt du hast das gleiche ende gehabt wie ich andere? es gibt noch ein anderes ja ok irgendwie ah gut darfst du jetzt auch nicht sagen ne ne jetzt darf ich es nicht sagen scheiße falsch gemacht ähm ich fand es ein bisschen anders als du du hast gesagt du fandest den jetzt besser als den ersten Teil ja ich fand den ersten Teil irgendwie besser warum? ja weiß ich mir hat die Location mit der Nervenheilanstalt besser gefallen und die Gegner fand ich jetzt so geiler ja gut das ist Geschmackssache ne? ja das ist aber wirklich jetzt eine Geschmackssache ansonsten so an sich ein gutes Spiel ich fand zum Beispiel fand ich die alte fand ich tausendmal die war krasser als dieser Schweinemann aus dem ersten Teil aber der war halt hartnäckiger der war halt öfters da ja die war auch hartnäckig ja aber nicht so mir kam es jetzt nicht so vor als ob naja vielleicht diese harten Gegner diese harten Gegner nicht so ähm so hartnäckig waren und nicht so oft da waren als im ersten Teil boah fand ich aber schon ey auch diesen blöden Pfeiltypen da der fand ich ja auch mega krank boah den fand ich so ätzend ey dieser kleinen Zwerg der war auch schon mega hartnäckig finde ich ey du ich kann kann ich deine Aussage ehrlich gesagt nicht pfeilen aber gut es ist ja geschmackssache ja weißt du mir kam es halt nur so vor aber damit leben dass du halt gehatet wirst dann als zum Maul weil du die falsche Meinung vertrittst was die falsche Meinung vieles in meiner Meinung der denn deine Mama deine Freundin ja dein Vater ne aber ist egal also ich hab mich trotzdem eingeschissen so ist es nicht ja und das ist das wichtigste oh fuck wie weit bist du denn gerade im aktuellen LP ähm warte es heute müsste die Folge kommen nachdem ich diese Blutdusche gesehen habe du bist schon ziemlich am Ende ja ja es ist es kommen glaube ich nur noch drei Folgen oder so und dann ist es vorbei nein hast du gleich am einen Ding durchgezockt oder ne 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 ich hab's musste immer wieder unterbrechen aber dann die letzte Aufnahme habe ich dann am einen Stück durchgezogen ach fuck you alter hey ich komm knapp nicht weiter diesen scheiß Sprung hier du schaust wahrscheinlich instant jo hab ich ja ha ha ich hab's aber auch geschafft ich hab's aber auch geschafft oh god oh so was kann ich jetzt nicht machen ich brauch erstmal über Krippe ne Pfoten für sowas na toll nein 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 ich fand zum Beispiel diese Schuhlevel immer mega geil ich fand die am Herd das war das war ne gelungene sorry scheiße das war ne gelungene Abwechslung fand ich immer so ja ich fand diese Schul-Szenen fand ich immer gruseliger als äh also die haben mich fertig gemacht nee find ich nicht ich fand die immer eher entspannender echt ja mich haben sie immer kaputt gemacht weil ich nicht wusste wann kommt dieser scheiß Pastor alter obwohl diese Walz äh Geschichte wo der Typ mit dem feinen Bogen irgendwo rumlatscht die fand ich auch extrem mhm wenn ich wenn man nicht weiß wo man lang muss wie oft ich da verreckt bin bei dem ey der hat so oft an meinen Kopf vorbeigeschossen die ganze Zeit ich so oh oh er hat nicht gesehen aber da hab ich mich gefragt wieso kommt er nicht angerannt wenn er genau weiß wo ich bin wieso kommt er nicht angerannt ich bin bei dem so oft gestorben das war eigentlich Wahnsinn ja so ein Arschmann die Geschichte war mir egal ja weil ich jedes Mal hab mich dann immer probiert irgendwie über uns hinterbauen zu verstecken damit er mich nicht kriegt oder so aber irgendwie ja ja hat er mich trotzdem irgendwie noch gekriegt der Sacken vorbei rennen da hat ein Puls auch mal elende Krüppelvieh oder was das auch immer ja der hat zu vieles gehabt der Junge ja jetzt hab ich mir Prey angezockt ja nur angezockt bis jetzt die erste Folge hab ich gesehen ja ich hab das mal eine Stunde hochgeladen aber ich muss sagen ich hab mich jetzt nicht ganz so überzeugt ich konnte jetzt auch noch nicht damit anfangen so das war zwar ganz cool aber das war jetzt nicht irgendwo wo ich sage geil das muss ich jetzt unbedingt tocken weißt du ja keine Ahnung vielleicht wenn es mal ein super Angebot ist würde ich es mir mal holen so um mal so für nebenher mal zu zocken oder so aber aber voll der Matrix Move hier übel kehrs auch voll cool aus oh nein ja ja gut dass ich das angezockt gemacht habe bevor du wieder ein komplettes AP machen musst das wäre wahrscheinlich wieder ewig gegangen ja beim Outlast erstmal genug ohne Scheiße ja das war jetzt eines eines seit Jahren wirklich wo ich wirklich mal jeden Tag wieder eine Folge gemacht habe obwohl du das dir ja nicht vorhattest oder? am Anfang ne das war aber aber irgendwie hab ich das Spiel sehr sehr schnell durchgesuchtet achte wie lange ist die sind mehr bitte ich hab das Spiel sehr sehr schnell durchgesuchtet und dann hat es sich halt angeboten ja ok alter alter guck mal wie lang die Map ist guck mal wo wir grad zuerst sind außer sie beendet sich jetzt ganz schnell keine Ahnung boah jetzt wenn du den jetzt verkackt hättest ey so viel Zeit verloren obwohl die Minen die es dann noch kommen die fand ich auch extrem eklig man sobald es irgendwie so in die Enge geht bei mir ja die gingen ehrlich gesagt da konntest du schnell durch irgendwie ich weiß es nicht ja ich bin einfach nur durchgerusht dachte mir ne 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 ja ja ich auch ihr kriegt mich nicht ihr Pader ihr kriegt mich nicht ja ja genau deswegen das dachte ich mir auch jetzt? obwohl das eigentlich so immer ist aber wenn du einmal so durchrennst dann also gar nicht du musst doch richtig durchrennen das fand ich so ehrlich das fand ich ehrlich die Schwierigkeit gar nicht anfängst irgendwie so stehen zu bleiben und sich umzugucken ey alter was alter halt was ist das denn nein nein das muss ich komplett nochmal da runter fahren ey ey das Fahrstuhl nein hast du glaube der Fahrstuhl gecrasht? ja ich hab's auch noch gesagt wer da jetzt crasht der verdient so viel Zeit ach halt das Maul ah ok unten lang hmmm komm schon oh ein Wasser was geht? bisschen äh bei Dead by Daylight hab ich beim Adi geguckt was was so ein paar neue Sachen gibt und der Killer kann jetzt ähm die Generatoren beschädigen hä? so dass der Fortschritt ein bisschen zurück geht hä? wenn du so ein Ding reparierst ein bisschen aber sonst gibt's noch neue Maps Killer oder sonst was gibt's noch nicht ne? ne ich glaub grad noch nicht aber es soll irgendwas jetzt neu kommen noch Alter die Map ist ja brutal lang Alter die Map ist ja brutal lang Mann und diese Spielen soll ja nicht hoch Pader Mann Mann Pader Mann Jan Pader Mann Jan Pader Mann Jan Pader Mann ich vermiss Pipa aber auch hab ich auch neulich erst gedacht ey Pipa hab schon überlegt ob ich irgendwie einen Spenden-Livestream fahre oder irgendwas Alter komm ich überbrauch nen neuen PC jetzt gehts noch nicht weiter was hat er gesagt er hat doch gesagt bald bald kann er ja ja aber es ist vielleicht eineinhalb Monate noch oder so oder viel zu lange Zeit für so ne Freundschaft ey die Freundschaft bröckelt langsam gell Pader das ist ja brutal ey das sollte man irgendwie noch so einbinden Ach Gott bei der Map Auswahl dass man sieht wie lang so ne Map ist Sie ist glaube ich sogar die Best Side auf der Map ne irgendwo Ne nicht so Ne Sicher? Ja ich hab noch nie eine gesehen Außer man guckt jetzt speziell danach Aua Ach Gott sei Dank Wo bist du in der Cave? Also das Areal heißt Cave aber hier ist nirgends wo ne Cave Ich bin in der Cave Junge Oder die kommt noch Die kommt noch Mann und die ist nicht grad kurz Alter Ja Als hätte ich das gewusst hätte ich die Hätte ich nur diese Map genommen Jetzt erschneiden Ne Ich bin ja jetzt unterbrechen und dann machst du in der nächsten Folge weiter Ja Ja Nein Ich glaub jetzt komm ich in die Cave Ja Jetzt stell ich mich aber an da her Hör doch auf das Bike so rumzuwerfen Na das war klar Na das war klar Ja ich hab mir jetzt nämlich extra die Tage GTA 5 geholt für PC Ja die anderen Pizzle Boys die haben's Weil da gibt's jetzt so ne altes Live Mod für GTA Ja Ne altes Live Mod Ja also Also GDR Live heißt das Das ist quasi wie altes Live Mod in GTA 5 Oh nice Hey Mann Leck mich doch am Arsch Mann Und Ähm Das wollte ich mal abchecken Deswegen hab ich mir jetzt Gab's jetzt auch neulich irgendwie für 30 Euro im Angebot Achso Oder für 20 oder was Achso Dann hab ich gesagt komm dann Ey Mann ey Glaubst du's dir mal Ich bin gespannt Erzockt ihr das noch auf eurem Kanal? Jeeeeeejaaaa Wenn ihr das mal aufnehmt dann sagt man Bescheid Ja ähm Der Fabian sollte eigentlich noch Folgen haben Aber er kriegt's halt nicht geschissen die zu bearbeiten und hochzuladen Und momentan läuft der Ghost auf Ja Fabian und Simon haben das sich jetzt abgewechselt Aber Simon hat ja jetzt Ghost Raccoon Unter anderem mit Ray zusammen Machen die das Und da bleibt nicht viel Zeit für GTA Alter Obwohl es immer witzig war zum anschauen So ist Bei Arna hat meine Pizza-Wortkeit Wie kann denn diese scheiß Map mich jetzt schon über sieben Minuten Wir haben nicht mehr gelesen Übel Und es hört einfach nicht auf, Pader Komm beende die Folge jetzt Wir machen einfach nichts weiter Das Maul alter Wieso kriegt Alter ich muss ja auch für die Jumps machen Nein, so schnell Ei, 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 ei Aaaaaaah Aaaaaah Ich komm in die Hölle, Pader Ich komm in die Hölle, Pader So wie deine Mom So wie deine Mama Scheiße, bitte nicht Mama Arnold Aaaaaah Give it to me, baby Aaaaaaah And all the girls saying Pretty fly For a white guy Einer mann, bösen scheiß wie verzeih'n, oder? Da hätt' ich auch grade voll lang. Ah! 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 Ich darf jetzt verkünden, dass ich jetzt stolzer Besitzer eines eigenen Gewächshauses bin. Äh! Wer hatte die Idee? Hä? Wer hatte die Idee dafür? Auch in meiner Freundin und ich! Ah! Du wolltest auch einen? Ja. Ha! Geil! Gewächshaus ist doch geil. Ja, schon. Ich bin jetzt auch aus der Höhle raus, jetzt flieg ich auch. Aber du musst ja dein Stuff anbauen, ne? Oh, du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Fuck, Mann! Gurken natürlich, ne? Gurken? Ja, klar. Für Paterporn und so. Ja. Bin ich auch in der Hölle. Fuck! Alter, dieser Sprung ist ja ekel. Ich muss kurz ein Stück essen hier, sonst geh ich gleich weg. Hä, was ist das denn? Da vorne bleibt man so stehen. Hm. Nein, so nicht. Ich hab immer noch Probleme, obwohl das total trivial ist, mit solchen Schrägen. Jawohl, jetzt geht's. Naja, jetzt. Ich hab mich nur doof angestellt. Eine 10 Minuten-Map schon! Was ist das denn? Was hast du Probleme? Ich hatte grad Probleme mit so einer Schräge. Also, wo man weit springen muss danach. Warte, wie er sein Bike nicht unter Kontrolle gekriegt. Das war cool jetzt! Alter. Der Map-Aussteller hatte echt Langeweile, wenn er so eine lange Map gemacht hat. Da hättest du ja 5 Maps machen können. Ich vor allem. Ich hab eine kleine Piss-Map hingekriegt in der Zeit, glaub ich. Was ist das denn? Alter! Alter! Komm, schneide! Nein, 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 nein! Oh! Oh! Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich... Falls ich beim Ziel bin, soll ich durchfahren oder auf dich warten? Halt mal, wenn du da bist. Was zum Zweifel! Ja, genau. Als ob. Nee, fahr durch dann, glaub ich. Das hätt sich ja noch extrem. Ich bin aber weit hinter dir. Schon. Das ist heute ewig. Nein! Da fehlte der Schwung! Sowas mag ich gar nicht! Mann, der letzte! Nein, was! Wieso? Wieso gibt's da schon wieder so Säulenscheiße, ey? Oh, nice! Oh, jetzt! Oh Gott, Alter, diese Schrägen! Ich glaube, danach kommt sogar noch ne Map! Ich glaube, das ist erst die vierte Para! Nein, 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 bitte nicht! Sie gehört, Peepa kommt dieses Jahr auch auf die Gamescom. Wirklich? Ja! Wenn ich nicht komme? Ja, aber er kommt dann, wenn ich nicht da bin. Wieso denn da? Er kommt am Freitag-Samstag. Ach, mit den Pixel-Bo... Mit den, ähm, Notstar-Spackos oder was? Nee, nee, mit einer Freundin, glaub ich. Oder mit einem Kumpel? Okay. Als normaler Besucher? Ja, ja, als normaler Besucher. Oh Gott! Ha, 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 ha! Viel Spaß! Alter, die Perspektive! Boah, wie es mich dann fast schickt! Boah, Alter! Was? Letzt... Ach, der war ja letztes Mal... Letzt... Ey, letztes Mal war nicht mit. Letztes Mal war ich mit euch, ne? Ja, letztes Mal war es mit euch. Das wiederholt sich ja alles! Mann! Ich komme mit diesem Scheiß-Berg nicht hoch. Langsam, Pader. Oh! Bop, 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 bop! Pader. Boah, ich glab, ich bin fast da! Er bleib! What? Ich werde gerade wieder zurückgedrückt! Weeeee! Also hier spielt die Gravität, äh, Gravität? Gravitation. Gravität. Die Gravität! Die Gravität! Die Gravität spielt total verrückt, Alter! Einer bestimmt trau, Alter. Ich bin an einer Schräge an so einem Kreis. Wenn ich da ein bisschen vorfahre und nicht weiterfahre, dann drückt er ihn gerade wieder zurück, obwohl ich an der Schräge bin. Alter! Boah, wie viele Schrägen kommen denn hier noch, ey? Zu viele, Junge. Ich sag ja, es wiederholt sich die ganze Zeit. Alter, diese Folge! Diese Strecke hätte für eine Folge gereicht. Was? Wieso drücke ich den ganzen Felsen runter? Danke, wir haben nur noch 15 Minuten. Das schafft man niemals. Oh, Leute! Baut sowas. Alter, fahr ins scheiß Ziel rein. Ich versuch's. Zu wenig Gas gegeben, eben zu wenig Gas gegeben. Nein, oder? Hopp! Hopp! Bei einem brennenden Flugzeug bin ich jetzt so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Was hab ich denn gemacht? Was war das denn? Ich bin ein scheiß Sprung. Jetzt bin ich wieder in der Höhle, oder was? Kommst du aber schnell wieder raus. Alter, jetzt... Ich bin gleich bei dir. Okay, die Lab ist für eine Sache ziemlich gut, und zwar, um in das Game wieder reinzukommen. Das stimmt. Ich bin unter Wasser, Pader. Jetzt bin ich wieder raus. Ein Delfin! Ich bin gleich bei dir. Warte vielleicht doch nochmal kurz im Ziel, bevor du reinfährst. Ich hoffe, ich kann davor warten. Ja, ich glaub, da vorne war's. Könnte sein. Ein letzter Checkpoint, bevor er es wirklich... Ein Delfin! Sag mir, wenn du an diesem Ding bist, an dieser... Ah, fuck auf, man! Wo du so an der Seite runterfährst, wo die Gravität so aussitzt. Gravität? Die Gravität an diesen Felden? Ich trau mich nicht weiterzufahren. Ich weiß nicht, wann das Ding weiterkommt. Schon wieder. Warte doch kurz. Ja, ja. Ich versuch's. Ich geb nicht viel Gas. Aber das Spiel drückt mich zurück, Alter. Was ist hier los? Das Spiel drückt mich an die Ding, an die Bahn. Ah, ja. Da bin ich jetzt. Alter, kommt der wieder auf jeden Fall. Würde ich dich das da an die Rampe dran drücken, ne? Ja, ja, war voll hart. Äh? The fuck? Ach, komm, ey. Wie viel Schwung muss ich da mitnehmen? Hallo. Hast du Horizon schon durch? Nee, das muss ich auch noch zocken. Da bin ich erst mal durch Outlast überhaupt nicht zugekommen, ey. Ich hab's auch noch nicht durchgespielt hier. Das Spiel soll ja auch noch mal ewig gehen. Pieper hat mir schon mit Schläge gedroht, weil ich's noch nicht durchgespielt habe. Ja, das, wie gesagt, das soll ja auch ewig gehen, das Spiel, ne? Ja. Also alle, die ich kenne, die ich gezockt habe, die haben gesagt, das ist viel zu lang, ihrer Meinung nach. nicht für Pieper. Du wirst sowieso krank, was du wirst angehen. Wird der Arbeitslose, Arbeitslose halt. Ja. aus Bottrop-Küchei. Alter, ich hasse dieses an die, an die... Komm, fahr durch. Nee, ich bin... Immer noch, ich hänge hier... Dieses Scheiß an die... An die Strecke drücken, ist ja mega dumm. Bei diesem See hier, oder was es sein soll. Oh, ich dreh durch, ey. Diese Perspektive macht mich auch voll fertig. Hör auf, das zu machen! Ich hatte eigentlich vor, heute mehr Strecken aufzunehmen, aber... Ey, leck mir die Nüsse, ey. Ich komme mir nicht weiter. Ah, das sieht gut aus. Langsam, Pader. Langsam. Langsam. Ja, Gott sei Dank. Yes! Ja, was? Was kommt denn noch alles? Okay, fahr noch nicht durch, fahr noch nicht durch. Die Scheiße habe ich schon geschafft. Jetzt bin ich auch unter Wasser. Sehr gut. Steffi! Sag mir, wenn du wieder an der Stelle bist, wo du gegen die Strecke gedrückt wirst. Ich glaube, ich komme langsam zum Ziel. Ich war ganz langsam hoch, um zu gucken, ob da irgendwie was zu sehen ist. Ich will nämlich noch nicht durchs Ziel fahren. Wie gesagt, ich komme jetzt, bin gleich bei dir. Sag mal, wenn du aus dem Wasser draußen bist und... Okay. Sag mir, wenn du aus dem Wasser draußen bist. Alter, hier ist ein Wind, der mich wegdrückt. Okay. Voll, voll geil. Hallo? Wo bist du? Pader? Ich bin jetzt in der Höhle aus dem Wasser raus. Komm schon, schränk dich an. Sag mir, wenn du... Sag mir, wenn du bei den Stufen bist. Mich hat zurückgesetzt. Ich bin bei den Stufen. Ich bin wieder bei dir. Hallo? Hi. So. Ich fahre jetzt durch, Junge. Fuck! Fahr durch, Junge, fahr durch. Alter! Grab-Shot! Abs. Sehr gut. Alter, geile Map. Whoopsah. Wir drücken los. Was? Nice. Alter, was für eine harte Map, Alter. Crazy. Ich sag dir, das war gerade die vierte. Eine kommt noch. Ich weiß, eine kommt noch. Und du bist nicht noch mal so lang. Doch, wir machen noch mal 30 Minuten. Okay. Ah. So. Pass auf, die geht nur so eine Minute. Ist das eine Bombe? Ja. Oh nein. Sowas hasse ich ja wie die Pest, ey. Okay. Kannst du mich raten? Kein Checkpoint? Natürlich nicht. Nice. Aua. Aua. Hä? Ah ja, komm. Beim ersten Mal geschafft und jetzt nicht mehr, oder was? Ah, ich hab's geschafft. Nein, nein, nein. Ach, come on. Ja, liebe Zuschauer. Vielen Dank. Ja, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Juhu. Ah, ich hab's. Weißt du, da muss der Wichser da oben noch so einen fucking Baumstumpf hinmachen, ey. Oh, come on. Wie weit soll ich denn da bitte springen los? Ah. Ah. Picken. Nein, danke. Hä? Was jetzt? Wohin? Was? Hä? Wie witz. Hä? Alles klar, okay. Okay, ich hab gar keinen Schwung, ey. Ich hab gar keinen Platz dafür. Okay, ich bin drüben, also möglich ist es. Okay. Stehen bleiben, sagst du? Ja. Okay. Scheiße, Mann. Was ist das denn? Was ist das denn hier? Nein. Park! Und jeder hat mal die Kontrolle auf dir auf der Schräge. Oh, nice! Ich hab's geschafft. Hä, was? Achso, da hoch. Weißt du, worauf ich mich auch noch mega freue? Ja? Das ist der Multiplayer von Stardew Valley. Der Multiplayer von Stardew Valley? Ja. Stardew Valley sagt dir was, ne? Ja. Hast du selber gezockt? Nein. Nee? Nein. Keiner. Hä, aber wie kann, spielt das nicht Gronkh und der Tobi, also der Tobi Natho, sind nicht zusammen? Stardew Valley? Ja, manchmal im Ding, im Livestream. Nein, du meinst, ähm, du meinst Starbound. Ah, Starbound, ja. Ah, sorry. Dario Valley ist nur etwas, denn anderes. Klang gerade gleich. Hä, wo soll ich da springen, bitte? Aha, natürlich, okay. Oh, Pater, bist immer noch da hinten. Deine blöde Schnauze. Aha, natürlich, okay. Das war schon im Spiel, Trials Fusion, würden wir jetzt eigentlich zeichnen. Soll ich den Schieß angemacht. Ja, da fahrt euch mal schon. Hm. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich da wirklich da oben lang muss. Da fahrt so viel Schwung. Da muss man auch mal so wissen, was ins Maul sind. Alles klar, was? Ich muss mir jetzt mal so ein bisschen bis ins Maul stopfen. Okay. Das, was du immer so gerne machst. Vorweg sitzt das. Deine Mama. Hahaha. Das ist klar. Ich würde gerne Ausdrücke, Pater, das Ganze nicht machen. So kriege ich niemals den Grimme-Preis. Du vor allem. Natürlich. Ich bin so ein lieber Typ. Was kriegst du mal den Grimme-Preis? Ist das nicht eine Literatur-Auszeichnung oder sowas? Ja, nee. Grimme-Preis. Aber Rocket Beans hat ja auch den Grimme-Preis, glaube ich. Kann sehen, ne? Ist das irgendwas. Ja. Hä, Leute? Wie krieg ich da den Schwung hin? Ich krieg's gerade überhaupt nicht. Ich war hier so viel Schwung. Was hast du denn zu Bibis neuem Lied? Ich hab's mir ehrlich gesagt noch nicht angehört. Ich find's nicht so gut. Aber mehr auch nicht. Also der Rest interessiert mich irgendwie auch nicht. Ist das jetzt nur so, weil es halt Bibi ist, wird's halt so. Oh Gott, sie hat ein Lied gemacht. Ja, hat sie halt ein Lied gemacht. Weil es halt so schlimm ist. Jeder lacht so aus, aber im Insgeheim lacht sie, glaube ich, jeden anderen aus. Weil sie genau das erreicht hat mit dem Video, was sie eigentlich haben wollte. Ja, also ich mein, die Kohle kriegt sie sowieso. Oh mein Gott. Das interessiert sie doch nicht mehr. Das Video ist durch die Decke gegangen. Alter, als ich das letzte Mal gesehen habe, war es auf Platz 1 bei den Trends mit 19 Millionen aufrufen. Ja. Und Likes und Dislikes, Leute. Likes und Dislikes zählen für YouTube gleich. Das sind alles Interaktionen. Ja, das ist die... Das ist die Information. Ob da jetzt so viele Likes drauf sind oder sehr viele Dislikes, macht keinen Unterschied. Das interessiert niemanden. Damit zeigt man ja nur, ob es einem gefallen hat oder nicht, aber mehr nicht. Richtig. Wird auch nirgends womit in der Berechnung berücksichtigt oder beim, beim, äh, irgendetwas anderen oder sonst irgendwas. Also eigentlich... Sondern auch der Dislike. Der Dislike ist eigentlich auch was Gutes für ein Video, weil es ist auch eine Interaktion. Also hilft es auch, das Video, äh... Jeder, der gedisliket hat, hat das scheiß Video gesehen, Mann. Und das ist es ja schon. Nee, nicht, nicht, nicht gesehen. Er hat's nicht, er hat's sogar nicht gesehen. Er hat's sogar da, ähm, äh, mit dem Video interagiert. Das ist noch besser. Das heißt, er hat das Video definitiv unterstützt. Er hat das nicht geliked. Soll ich durch oder nicht? Er hat das nicht geliked und er hat das nicht gedisliked. Das wäre eigentlich das Richtige. Eigentlich dürfte man das Video einfach gar nicht angucken. Zack. Man hätte das Video von Anfang an gar nicht angucken dürfen. Es gar nicht so hypen dürfen, so. Ja, okay. Dann, dann hätte man den, äh, den... Das erzielt, was man haben wollte. Hallo, warum liegst du nur da? Ich schau dir zu, Junge. Aber ja, mein Gott. Es ist halt so. Ich kenn sie nicht. Ich kann's nicht beurteilen. Ich hab's, ich hab ihre Sachen nie verfolgt. Ich auch nicht. Ich weiß, ich hab nur das vom Sagen hören, kenn ich halt die Sachen, dass sie halt ihre Abonnenten verkauft und so weiter. Aber, ey. Scheiß drauf. Warten die Wixeln ja auch. Ey, das macht doch jeder, oder nicht? For the money, alles for the money. Leute, das war's. Das war eine verdammt lange Folge. Du, Korps? Was? 32 Minuten? Schon vorbei? Das klingt's doch gar nicht. Einen Kommentar. Könnt ihr nicht mal längere Folgen machen? 30 Minuten? Macht doch mal 40 Minuten Videos. Ron macht auch Stunden. Ja, genau. Es gibt immer solche und solche, die alle sagen, ey, ist viel zu lang. Die anderen sagen, ey, ist viel zu kurz. Komm, zieh's nicht noch länger. Okay, verdammt. Okay, Leute, vielen Dank für's. Tschüss, Leute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau.